So, weiter geht's mit Skyrim. Wir waren das letzte Mal bei den Kampfgeborenen und haben Beweise geholt, dass der Sohn noch lebt. Der Sohn von Fralia? Nein, war es der Sohn? Doch, ich glaube es war der Sohn. Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas gefunden? Ja, Wohlstein, ich habe das Buch. Ich wusste es. Zeigt ihr mir bitte. Die Talmoor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Oh nein, es ist schlimmer als gedacht. Macht irgendwas dagegen. Aha, Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Ja, das wissen wir jetzt. Werdet ihr die Festung überfallen? Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorwald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Bleibt hier, ich kümmere mich darum. Seid ihr sicher? Ich bezweifle, dass ihr eine Chance gegen die Talmoor habt. Ich kann sofort einige Männer zusammentrommeln. Viele würden bei der Rettung meines Bruders helfen wollen. Ich mach das allein. Sehr gut. Ich gebe euch eine Chance. Aber wenn ihr es nicht schafft, werde ich es tun. Ich mach das. Mach das. Mach das. Mach das. So. Dann sind wir jetzt, glaube ich, im Weißlauf fertig. Mal gucken. Ja, jetzt hätten wir nur noch das Wetttrinken gegen Sam, aber das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier überall hin. Dann machen wir das. Das dauert noch, bis wir da oben mal sind. Da ist der Schrein von Azura. Da müssen wir auch noch hin. Und in Riften. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich würde sagen, wir machen erst mal das in der Nähe. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Stellen. Dann gehen wir da hin. Dann gehen wir wieder zu den Stellen. Dann gehen wir da hin. Ja, machen wir so. Okay. So. Und Lüdi haben wir nicht mehr, weil Farkas sie weggeschickt hat. Total super. Das heißt, wir müssen jetzt laufen. Hm, passt die Richtung? Fast. So, da muss das irgendwo sein. Da hinten geht es, glaube ich, hoch. Finde ich ein bisschen schade, dass man beim Sprinken nicht springen kann. Und ich würde gerne länger sprinten können. Oh. Danke. Na ja. Regenerieren wir mal ein bisschen Ausdauer. Sammeln den Schmetterling ein. Depp, depp, depp. Irgendwann haben wir auch ein Pferd. So. Wenn wir ganz viele Blumen gesammelt haben. So. Haben wir ihn noch so. Gott, wie viel Blumen es hier einfach gibt. Hallo, ich soll hier irgendwo wen töten. Steht da ein Hund? Oder ist das ein Wolf? Ich glaube, es ist ein Wolf, oder? Wow. Da ist ein Wolf. Zack. Hm, ja, wir sind richtig. Ob hier noch ein Wolf ist? Wenn ja, werden wir es gleich rausfinden. Können wir hier hoch? Vielleicht ist das kürzer. Sollten wir leise vorwärts gehen. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist und wo wir hier über... Scheiben wir aber auch richtig zu sein. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Oh ja. Wir wurden wohl entdeckt. Weg. Oh. Schnell, Gold. Die Notizen lösen wir später. Den Schallpfeil nehmen wir mit. Und dann geht's weiter. Wo ist der denn? Da oben. Triffst du aber auch nicht, ne? Jetzt reicht es. Stimmt. Licht aus. Gut. Blumen. Ah, ne Kiste. Mitnehmen. Ah, Novize. Gott sei Dank. Wir haben nicht mehr so viel Dietrich hier. Ah, kriegen wir gleich vier neue. Finde ich gut. Was haben wir hier noch? Nichts Tolles. Blumen. Noch mehr Blumen. Noch mehr Blumen. Gott, wir brauchen eine Kiste für Zutaten dann irgendwann. Oh, wir hätten Flächen sollen. Verdammt. Hallo. Hä? Wer ist da? Rodulf, seid ihr das? Ähm, ja. Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Okay. Und wir brauchen... Wir müssen jetzt mal die Notiz lesen. Ähm, ähm, ähm. Zutaten. Nein. Was brauchen denn Zutaten? Gott, ey. Notiz an Rodulf. Äh, oh, kleine Streicheln, Strapazieren. Okay, Rodulf hat Scheiße gebaut. Gut. Erst klauen wir dir dein Gold. Und dann hauen wir dir eine rein. Gut, dann klauen wir dir dein Gold. Hm, sein Buch. Ach, das ist ja schön. Ah, das ist jetzt nichts Tolles. Ganz viele Pilze, die wir alle mitnehmen können. Und dann haben wir ihn an den Korb mitgenommen. Ah, ohne zu Sachen mitnehmen. Geht nur in diesem Spiel richtig gut. Warum steht doch wer, oder? Hallo? Jupp. Was war das? Ich weiß nicht. Schleichen verbessert. Schleichen verbessert. Was haben wir denn hier? Hm, Gold. Mehr Gold. Okay. Hat uns nicht gesehen. Obwohl wir mitten im Licht standen. Geh da hinten hin. Arschloch. Oh, oh, oh. Wieso legt das denn? Äh, vielleicht. Was sagst du dazu? Knack. Da gab es einen mit einem Kolben auf dem Kopf. Wir müssen noch besser werden im Schleichen. Aber erstmal nehmen wir noch die Goldmünze und die Räderstreifen mit. Gibt's hier noch so? Stiefel. Stiefel kannst du behalten. Oh, oh. Oh, Ausdauertrank. Gold. Oh, ne Kiste. Hast du übersehen. Oh. 60 Gold. Zaubertrank der Illusion. Wunderbar. Hallo? Laute. Stahlhornhelm brauchen wir nicht. Ne. Warum ist... Hm. Speichern. Wunderbar. Keine Chance. Ist da jemand? Oh. Ist da jemand? Und, wer hat das? Oh, wir haben den Baliten getroffen. Das war doof. So, der Hund getötet. Oh, nein. Musstest du mich sehen? Oh. Vielleicht kommen wir jetzt weg. Nein, ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Wir wollen unsichtbar bleiben. Oh, hier sind noch Stahlpfeile. Danke. Haben wir nicht noch Zaubertränke? Wir haben bestimmt irgendwo einen Unsichtbarkeitsdreinkel, aber... Wo der jetzt ist... Da war er. Hm, ne, wir brauchen ja gerade nicht. Sie verschwinden nämlich wieder. Hier könnt ihr euch vor mir nicht verstecken. Oh, oh. Wir hätten nur noch warten sein. Na, los geht weg. Keine Spur von innen. Haha. Das hat ihn nicht so gestört. Dim, 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 dim. Es gibt manche, die halten richtig viel aus. So wie er hier vorne. Er hat auch so viel ausgehalten. Und manche, die halten einfach gar nichts aus. So, er wird unachtsam. Niemand. So, er wird mit dem Pfeil abgepikst. Dann ist der Pfeil runtergefallen. Und das war's. Gold. Die Pfeile will ich nicht. Hallo. Gold. Hm, ne. Sonst nix. Du hast auch noch Gold für uns. Was ist eigentlich in dem Schrank drin, ne? Nichts. Sehr schön. Und in dem? Oh, ein Granatstein. Oh, ein Granatstein. Gut. Rolfspelz und Stahlpfeil. Hier haben wir doch bestimmt noch Kisten oder so, oder? Oh, ein Heiltrank. Das ist okay. Dib, 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 bim, bim, bim. Ah, nehmen wir mit. Gott, wir haben so viel Scheiße an Zutaten. Dass wir direkt noch mehr einstecken müssen. Na. Komm her. Ja. Hm, kommen wir noch Gegner? Was ist hier in dem Schrank? Haben die denn nügens Geld für uns? Hm, ist ein Erz? Brauchen wir das? Ach, wir nehmen es mit. Was soll's. Haben ist besser als brauchen. So, alles klar. Äh, ja, die Erzahler ist erschöpft. Ah, hier kommt nix mehr. Gut. Speichern. Ähm. Ah, jetzt hat er's gemacht. Dann gehen wir raus. Na, natürlich. Voll ins Licht. Nochmal speichern. Da ist er ja. Ja, ist klar. Stimmt. Oh Gott, der kriegt fast keinen Schaden und macht aber mehr. Mehr habt ihr nicht mehr. Äh, ne, grad nicht. Und du? Au. Okay, du hast mehr drauf. Gesundheit niedrig. Ich würde jetzt erstmal laden, weil ich möchte ihn gerne töten, bevor er uns sieht. Ich hab ihn nur vorher einfach nicht gesehen. Hm. Oh Gott. Kriegt der überhaupt keinen Schaden? Ich werde euch töten! Wahrscheinlich. Oh Gott. Ich muss mich mal kurz, äh, weißt du? Hm. Essen? Ach, hier, komm, steck ein. Äh. Zaubertrinke. Wir brauchen Leben. Ja, sollte reichen. Für was haben wir denn jetzt hier? Hm, Frostbissgift? Nee. Hm, nee. Ja, ich glaube, für dich können wir das schon nehmen. Hahaha. Keine Chance. Ich weiß schon, warum ich Lähmungsgifte klaue. Bitter, der Typ. Richtig bitter. Eisenhände. Nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Sein Tagebuch nehmen wir mit. Stahlrüstung brauchen wir nicht. Nee, das kannst du behalten. Was liegt da noch? Wundertrunk der gesteigerten Ausdauer. Geld. Und eine Truhe. Ah, das Familienschwert. Zwergenstiefel. Die nehmen wir mit. Hm, Trankpastaschendiebstahls. Akratosch. Hm, hm. Gut. Und dann haben wir alles, würde ich sagen. Oder? Geht's hier noch höher? Nee. Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr. So. Aber. Du gehst jetzt hier mit runter. Ja. Zeig uns den Weg. Oh, da geht's aber ganz schön weit runter. Ist dir das aufgefallen? Möchte der nicht runter? Können wir hier irgendwo? Ja, guck mal, das sieht viel besser aus. So. Achso, wir wollten ja eh zu den Stellen zurückreisen. So. Und dann gehen wir gleich zum nächsten. Ach, vor allem gehen, wir haben ja kein Pferd. Könnten wir uns 1.000, 4.000 Gold kaufen, aber... Nö. Oder wir reisen nach... Ähm, Riften? Da gibt's doch noch den Steiltypen, mit dem man sich prügeln muss. Und dann kriegt man doch sein Pferd. Oh, es wird schon wieder nicht laden, oder? Ah, doch jetzt. Ähm, ich wollte eigentlich nur zu den Stellen... Nö, dann geben wir die Quest gleich ab. Ich habe gesagt, dass sie mit Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung, in der Nähe von... Weg da. Äh... Für wen haben wir das denn gemacht? Ach ja. Für Armrennen, den mit dem Schwert. Hi. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. So geht's mir auch, wenn ich deine Tochter in den Armen halte. Äh... Naja, ich hab dein Schwert. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Mach das. Mehr Erfahrungspunkte sind immer gut. Nun gut. Danke. Gut. Haben wir das auch. Dann können wir jetzt direkt runterreisen. Und dann müssen wir... Ah nein. Wir gehen gleich zum Turm. Das dürfte kürzer sein. Oh, dann sind wir bald Level Up. Stehen die immer noch hier? Nee, das ist ein Khajiit. Ach, ihr seid die Karawane. Gut, alles klar. Na gut. Bevor wir jetzt da hinten hingehen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden nicht verwessen. Und, äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.